freunde willkommen zurück auf meinem kanal mein name ist denn es schön dass wieder dabei seid ja top ten süße düfte sind heute am start extrem süße dürfte auch dabei seht ihr wie es wollt entweder süße dürfte oder extrem süße dürfte und aber trotzdem geile dürfte muss man dazu sagen nicht immer tragbar aber doch schon sehr sehr nice und da liegt die betünnung auf nice wieder doch immer so schön sagt ja da fangen wir auch gleich mal an aber bevor ich das mache alle neuen ihr wisst bescheid drückt die glocke abonniert diesen kanal bleibt einfach hier so dann fangen wir mal den ersten an stronger video intensely ja stronger video intensely einfach süß einfach ein süßer duft der aber immer gut ankommt richtig schön süß mit toffee drin und so weiter und so fort vanille aber ja ich finde ich gar nicht finde ihn auch ehrlich gesagt finde ich den intensely deswegen habe ich ihn ausgesucht auch am besten von einem das absolut liegt oder heißt es auch nice wegen der rum note aber wenn es um süße dürfte geht ist das intensely absolut bombastisch nice wirklich und ich wundere ich dass diese reihe eigentlich richtig gut ankommen weil ihr kennt das ja so dass die anderen süßen dürfte so aus dem designer bereich nicht im schnitt so gut ankommen aber diese reihe irgendwie ja das ist doch schon erstaunlich aber sehr sehr nice und ihr merkt den wenn ihr unterwegs oder wenn den jemand trägt habe ich letztens gerochen den habe ich tatsächlich mal gerochen man weiß sofort welcher duft das ist so der nächste ja muss man nicht viel zu sagen erber purer von search auf ein früchte cocktail von aller feinsten wenn ich hier auf jeden fall nachher alles gesprüht habe dann kriegt man schon durchs riechen diabetes auch geil früchte cocktail ohne ende das ist ein sehr beliebter duft vor allem bei männern es ist auch erstaunlich wundert mich weil vieles oder viele reden ja auch so was trage ich nicht viel zu süß aber irgendwie hat jeder erben purer und alle fast jeder und ja es ist einfach eine der es war zitrisch auch aber eben sehr sehr fruchtig süß einfach auf die früchte früchte potig noch zucker aufgeknallt ja so müsst euch diesen duft vorstellen wer erber purer noch nicht kennen sollte ja aber das gibt es tatsächlich kann ja auch nicht jeder kennen soll der nächste sweet oriental dream von montal ja das ist möchte ich jetzt mal hier in die sammlung gucken mit der süßeste und überhaupt auch der süßeste den es eigentlich so gibt mit das ist so da läuft so gegen eine wand das ist einfach eine wand von zucker ich weiß nicht absolut nein ich habe den mal wieder gekauft und ich weiß nicht warum weil ich geil finde ja aber es eher schwer zu tragen eigentlich nur zum also wirklich extrem zum winter hin weil hier habt ihr einfach eine wirklich extreme zuckersüße gourmand artig aber ich weiß nicht ja zucker pur ein orientalischer süßer traum ist das ja so könnte man das wirklich sagen und ja orientalisch orientalisches feeling aber extrem süß sweet oriental dream so der nächste kommt auch von montal und ist muka lad ja muka lad ist ein kaugummi duft von aller feinsten hupper buber wie auch immer nur eben auch süß ja auch extrem süß erdbeer hupper buber feeling und ja ihr merkt wie ich immer mehr zurück also diese das sind wirklich einer der stärksten und halte für montal ist ja immer gut stark ich weiß aber diese süße macht es natürlich auch hier dieser dieser buber feeling wirklich von heftiges von aller feinsten und ja muka lad sollte die auf jeden fall ihr müsst ihr auf jeden fall mathe ist natürlich synthetisch aber testet ihr weg mal so der nächste ist la tafa hamra ja sehr sehr süßer duft es ist ein dattel duft wird datteln kennt diesen auszuschmecken aber ganz sind sehr gesund obwohl süß und hier habt ihr auch ungefähr dieses feeling und ja einfache süß aber wirklich gut richtig gut und auch für einen preis wenn natürlich die haben alle sehr sehr gut der halbbarkeit außer einer so ja da kommen wir gleich zu aber auch hier eine super gute halbbarkeit haben wir richtig ausgesprochen das karet weggelassen glaube ich sehr geil viele sagen ängel share von killian nein hier ist die cognac note rausgenommen worden hier gibt es also kein alkohol drin hier ist einfach vanille datteln süß sehr nice so der nächste kommt von rosendo matteo 5 floral amber für mich ein meisterwerk aber ihr habt eben auch vanillepudding so müsst ihr euch den vorstellen das hört sich jetzt schlimm an ihr müsst das vanillepudding amber also sind aber durft an absolut genialer amber durft der eine schöne geile vanille drin hat und den sollte die auf jeden fall für mich ein meisterwerk sollte die auf jeden fall mal testen auch bombastische halbbarkeit und auch geil das ist immer immer wenn ich den sprühen immer wenn ich diesen duft sprühen es ist ein geiler durch das ist so ein geiler doch also sollte auf jeden fall über testen sehr geil so dann nehmen wir mal diesen duft den ich malen kakao porzellana von atelier materie das ist ein duft der wirklich kakao beinhaltet und auch so riecht aber der ist jetzt nicht ganz so stark für die anderen aber richtig lecker ja er hat auch eine leichte frische finde ich eine leichte holzigkeit plus dieses jacques plus kakao eben aber richtig schön eleganter kakao richtig gut gemacht ja richtig also werden schön kakao duft haben will der dazu ein bisschen heute sich frisch ist fruchtig ein bisschen auch geil sehr nice also schon auch cooler flakon geil gemacht atelier materie mit kakao porzellana sehr sehr nice also richtig guter duft der nächste ja trussade den namen werde ich mal einblenden weil extrem extrem lang und so weiter und sofort ja geiler flakon und hier habt ihr ja zimt haselnuss und einfach eine geile süße ein richtig geiler duft der kaum vorgestellt wird schade eigentlich ja richtig lecker kokosnuss kommt dann noch ceder moschus geiler duft richtig geiler duft den solltet ihr auf jeden fall mal testen und wenn der winter wieder kommt für nächsten oder für den nächsten winter sehr sehr nice ist auch nicht übertrieben süß aber eben süß aber richtig gut richtig geiler duft so der vorletzte scandal von jean paul godier ja ist süß was soll ich dazu sagen kommt ein bisschen schlecht weg riecht ähnlich ähnlich den lebo finde ich auch von jean paul godier aber hat einfach so ein bisschen die dna mit geklaut sonst süß aber ich weiß nicht auch der ist gut aber kommt richtig gut an und wird meiner meinung nach auch ein bisschen zu schlecht gemacht ich finde aber auch dass jean paul godier allgemein ein bisschen zu schlecht gemacht wird aber das kommt weil die menschen jetzt so ein bisschen was anderes gewöhnen sind und müssen abheben und aber ich habe jetzt auch tatsächlich es ist jetzt viel nische aber eben auch designer und wie gesagt ist auch designer ja gleich vorweg ich hätte jetzt auch job und nehmen können aber den hatte ich jetzt mal weggelassen ist natürlich auch ein süßer luft so aber ja es gerne solltet ihr auf jeden fall mal testen wenn ihr nicht so viel geld ausgeben wollt ist auch nicht günstig heutzutage aber es ist schon günstig aber eine schöne süße der auf jeden fall sehr gut ankommt so und jetzt kommt das bist ölanteil extrem heftig ich es gibt keinen duft der ähnlich riecht sehr geil aqua des suggero perfumer roma ja endstation einer meiner neuen oder im endeffekt mein signaturduft neben naxos wie gesagt hier mehrere signaturdüfter wenn du über oder an die 900 dürfte hast dann hat man einfach die sprühe ich jetzt hier nicht absolut geil das ist so eine sagt es ja schon es ist orange 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 und dann zuckerwasser punkt eine aqua des suggero zuckerwasser und die orange da drin und überhaupt diese brand absolut meisterwerk für mich ein was die süße angeht was überhaupt einen süßen duft angeht ist das für mich ein extremes geiles meisterwerk so das muss gesagt werden ich kann mich immer ich verliebe mich in diesen duft immer wieder wenn ich ihn rieche immer wieder ich habe mir nicht viel getragen weil man kann ihn auch nicht immer tragen und ihr braucht nur ein zwei sprühe punkt dann habt ihr den ganzen tag da was von absolut profume roma aqua des suggero geil so schreibt mal runter was habt ihr so für dürfte was süße dürfte angeht es wird wahrscheinlich noch einen zweiten teil geben weil dafür gibt es ja es gibt eben so viel süße dürfte und ja aber schreibt mal runter und dann sehen wir uns bald wieder also reinhauen bis zum nächsten Mal